Wow, das ist fett. Du hast ernsthaft WLAN im Auto. Naja, dann wird uns nicht langweilig. Das zum Beispiel kann ich mir stundenlang ansehen. Ist gar nicht schlecht. Aber es sind doch sicher ein paar Macken darin zu finden. Irgendeine Ahnung, wen du diesmal sauer gemacht hast? Noch nicht. Ich wurde angerufen von einem Rogers, einem Engländer, glaube ich. Er arbeitet für Hacker, die etwas von einer Firma wollen, bei der ich war. Ernstzunehmende Jungs. Talentiert auch. Ärgerlich, eh? Gesucht zu werden.